Und weiter geht's. Ja, genau. Oh, ich muss es so tragen. Ach, du Schande. Ja, nee, das ist... mhm. Das ist auch wieder Timing und Geschicklichkeit. Eigentlich das ganze Spiel. Ist darauf aus. So. Kann ich speichern? Ja, kann ich. Und durch, 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 durch... Speichern. So. Autsch. Autsch. Nein. Autsch. Boah, ist das mies. Das ist okay. Das ist okay. Warten, 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 warten. Boah, wach. Ja bitte, was? Nee, das ist doch nicht wahr. Ah, ich kann schießen. Ah, okay, das ist noch da. Das habe ich jetzt übersehen. Okay. Schießen kann er noch. Lauf, 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 lauf. Sprich hoch. Nein, ich sprich auch genau rein. Nein, 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 nein. Oh. Speichern. Hm, hm. Oh, wir sind da. Gott sei Dank. Klarheit gibt er nicht. Hm, hm. Hm. Wir entzündeten die verhüllte Laterne und sie lichtete den Dunst. Uri, der Schlüssel zu den Edensruinen. Das Gumon-Siegel wurde gefunden. Seelenverbindung ist wieder da. Du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendruinen betreten. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendruinen südlich von ihr. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Allmächt. So, jetzt will ich jetzt mal hier gucken. Ach hier, guck mal. Oh Gott. Da will es noch weiter gehen. Da ist ein Teleport. Stimmt, da ist ja die Eule gewesen. Dann sind wir hier diesen riesen fetten Umweg gegangen. Mhm. Nice. Ach Gott. Der wartet ja nur drauf, oder? Oh, da ist noch eine Taube. Da ist eine Taube. Das ist ja... Boah, ich habe die Taube nicht gesehen. Ich habe die Taube nicht gesehen. Hm. So, wie viel brauchen wir hier? Drei Stück. Hm. Eingesammelte Elemente... Eingesammelte Energie wird 50% erhöht. Hm. Ja. Ich würde erst mal gerne den Baum hier vollkriegen. Huah. Autsch. So, dadurch, dass wir jetzt klettern können, müsste ich ja hier hochkommen. Okay, da komme ich hoch. Das passt. Ähm. Autsch, ey. Ist das dein Ernst? So. So. Das Kartenfragment. Jawohl. Und wo wird das eingesetzt? Das haben wir jetzt hier. Autsch. gameplayballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballball So, der Sound ist ziemlich laut. 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 Okay. Ja, bla. So. So, das weiß ich nicht. Bin ich da schon mal gewesen? Da war ich schon mal, ja. Wir sind jetzt hier unten lang gelaufen. Okay. Das wird mich halt noch interessieren, gar. So. 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 Wir haben den Dreiersprung und wir können kraxeln. Hier wissen wir immer noch nicht, wo oder wie wir da rankommen. Das ist halt das Traurige. So, speichern wir das Ganze mal. So, jetzt müssen wir kurz orientieren. Aber vielleicht können wir uns das hier mal anschauen. Das ist ja gleich hier am Eck. Ne, das war ja auch verschlossen. Stimmt. War das verschlossen? Oder wir sind da nicht hingekommen. Aber jetzt haben wir den Dreiersprung. So, zur Seite. Nee, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ja. Oh, so eine Taube. Hm. Das ist doch nicht wahr. Warum ist denn hier alles verschlossen? Das ist doch... Das ist doch echt ärgerlich. Ist hier nicht irgendwo ein Knopf oder sowas? Hier ist ein Vogelnest. Das ist... Warum ist denn hier alles verschlossen? Das gibt es doch nicht. Jetzt sind wir eigentlich mal da hochkommen. Hm. Unser Ziel ist hier drüben. Da müssen wir hin. So, die Eule... So, die Eule... Oder Quatsch, unsere Eule... Ach, die Eule sag ich schon. Ähm... Unsere Leuchte hat doch gesagt, die kennt den Weg. Das ist dieser Feuerbereich. Das ist dieser Feuerbereich. Das war auch versperrt. Wir haben ein Kartenverband. Aber das muss ja dann hier auch verschlossen gewesen sein, oder? Ah, das muss dann... Ah, das könnte dann wahrscheinlich hier mit zusammen... Ja, dann lass uns doch nochmal hierher gehen. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu unserem Teleport. Hier. Und dann gehen wir da rüber. Warte, das nehme ich aber noch mit. So. So, wir wollten... Na, wo war's? Hier drüben. Da möchte ich hin. Ich springe natürlich voll rein. Ich muss, glaube ich, nach unten, gell? Da muss ich hin. Oh, bitte lass es nicht versperrt sein. Ja, ich... Ja, genau. Ups, spring rein. So. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ist das nicht wahr, oder? Fast richtig. Hm. Hm-hm-hm. Hm-hm. Hm. Da ist es. Wie komme ich denn da hin? Da ist ein Stampfer. Wenn ich den betätige, wird das hier bestimmt frei. Das ist ein Stampfer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Von hier reingehen. Dass wir da hinten hinkommen. Oh. Das natürlich auch. Ein ganz schönes Stück. Das war's für heute. Oh, man sieht das so gut wie gar nix, gell? Hier ist er auch schon wieder versperrt. Das sieht gar nix. Hier wird gar nix zu gesagt. Ouch, 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 ouch. Das war's für heute. Da kommt man nicht weiter. Das ist alles versperrt. Aber da oben würde es weitergehen. Nee, war auch versperrt, gell? Oder wurde das hier versperrt? ouch. 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 Okay. Was ist da? Okay. What? Äh. Was? Was? Okay. Ja, das war versperrt. Kack. Das war hier komplett versperrt. Ah, wohl. Ach, Quatsch. Ach, das ist wieder so eine Wand. Hier sind überall Zacken. Und da ist wieder so eine Wand. Dieses Licht vom Geisterbaum, es war ein Geschenk von uns. Es wurde Naro überreicht, die an unserer Seite stand. Das ist unsere Ziehmutter. Aha. Halt, warte, nein, nein, nein. Nein, nein. Wie soll denn das bitte gehen? Hm. 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 Warte mal, ich bin da oben hingekommen. Ach, warte, nein, nein, hoch, hoch, hoch. Ich trau mich da unten nicht zu speichern. Ich lasse mich auf der verkehrten Seite. Ouch. Ich bin da falsch abgebogen auf jeden Fall. Ich bin da oben. Ah, nein, nein. Ach, Mann. Wir haben auf jeden Fall dieses Licht gefunden. Da müssen wir nochmal hin. Wir haben auf jeden Fall dieses Licht. Wir haben auf jeden Fall dieses Licht. Ah. Ah. Okay. Hier geht noch ein Weg lang. Ah, ja, das ist ja... Nee. Ja gut, und wieso? Boah, soll ich speichern oder nicht? Weil ich weiß nicht, ob ich... Weil der Sprung bringt ja gar nichts, weil da verschwindet das Ding ja. Das macht ja keinen Sinn. Okay. Okay. Nein! Speichere ich da oder speichere ich nicht da unten? Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist die, die ich mir stelle. Aber ich habe irgendwie Bock, das zu machen, ne? Huch. Zack. Zack. Autsch. Warte. Nee, falsche Richtung. Au. Boah. Bitter denn. Boah. Ich speichere. Komm, nimm was mit. Wie gut ist das bitte gemacht? Das ist voll geil. Oh, krass. Nein. Das speichere ich nicht. Dann probiere ich es nochmal. Ganz kurz. Nein, zu kurz gesprungen. Nein. Nein. Oh nein. So, jetzt speichere ich. Das war nix. Ich sollte vielleicht nicht reinspringen, wenn es gerade... Ah, andere Richtung. Oh, ist das gut. Gut. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Siehst du, wenn das Licht angeht? Huch! Nein, ich bin wieder unten. Ach komm, stirb. Ich hab da oben gespeichert. Oh. So, der geht nach oben. Oh, knapp. Knappe Geschichte. Knappe Geschichte. Oh, du bist da hin. Nein, geh hoch. Nein. Nein. Hammergleich. 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 Oh, was war das? Nein. Oh, es ist doch zum Mäusemelken. Haben. Oh, es hat den Telefonkoster. Und wenn immer denominern die eigene Mäusemelke spielst Playing. Ach, Quatsch. Warte mal, kommt hier das Licht rein? Wo geht denn das hier hin? Hm, 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 hm. Aber ich gehe nochmal zurück und gehe da hoch erstmal. Aber ich gehe das hier hin. Euer Mensch. Xu Hakus ist das living, Flo. Ich gehe kurz zur justinem Allgemeinen. Was ist ein Lebens Es war derirez E really gut Applaus für bei uns eine gebo 게임. Dieses Baby wird auch für die Lei aktiviert werden. Das Volk und Glanze Marine estudio ziehen. Ähm Da ist ein Hebel Nein Ruhig bleiben Ruhig bleiben Ruhig bleiben So Ähm Wo ist mein Licht Da Ja Oh Ja Wahnsinn Und hier gibt's eine neue Fähigkeit Oh ich werd bekloppt Eke wollte Naru doch als Er ankam War sie fort Er war schnell wie der Wind Und sprintete mit Eile Doch Umgebung von Dunkelheit Verlief er sich Oh jetzt können wir glaube ich in der Luft daschen oder Ja Du hast den Sprint gelernt Jetzt können wir rennen Das ist geil Hui alter Ich speichere So Was haben wir denn hier Noch ein Kartenstück Oh wie gut Oh wie gut Schau wie schön die Welt aussieht Das ist so herrlich Oh Okay, das geht nicht. Verlorene Haien. Autsch. Ja, Kind. Ach, Quatsch. Ja, nein. Muss ich da nochmal rüber? Walscher Knopf. Nein, ich muss nicht rüber. Ich habe zwei Kartenfragmente. So, zack, zack. Ich habe zwei Kartenfragmente. Ich glaube, da ist ein Durchgang. Ist das ein Durchgang? Ja, wie läuft es denn da jetzt am besten? Rechts oder links? Wir schauen einfach mal, wo es dahin geht. Oh, das ist so toll. Da ist ein Tor. Da könnte man, glaube ich, hochklettern. Oh, da müsste ich mich hier runterfallen lassen. Wie gut ist bitte die Musik, oder? Die ist ja mega. Oh! Ah, reingelaufen. Tödliche Ausweicher, verleite fünf Feinde. Oh, dazu anderen Feinden. Das ist cool. Die existucifica. Oh, das ist sonst needed. Oh! 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 Jawohl, Fertigkeitspunkt. Wie toll. Voll gut gemacht. So, aber ich bin jetzt hier in einer Sackgasse, gell? Ah, hier ist auch noch ein Sternchen gewesen. Ein Pämmtchen. Das habe ich jetzt bei der ganzen... Durch Rush Array gar nicht gesehen. Aber... Wir können den fertig machen. Seelenmeister. Warte, 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 warte. Ah. Haha. So, warte, ich muss den, glaube ich, nochmal... Nee, ist alles klar. Check, 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 check. Habe ich. So, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Ah, falsch. Ich drücke mal den falschen Knack. Haha. Oh, oh. Oh, warum komme ich da nicht durch? Aha. Boah, krass. Achso, ich brauche jetzt einen Stein, der das... Hmm. Ah, ich laufe direkt rein. Dann laufen wir halt das Ganze wieder nach oben, aber ich muss mal kurz auf die Karte schauen. So, hier war alles verschlossen, aber man könnte hier oben drüber kommen. Ist halt die Frage, wie? Und hier war verschlossen und da hätte man reinkommen können, aber ich brauche dafür Gewicht. So, ich schaue jetzt, dass ich hier hochkomme und dann gehe ich da rüber. So, wir schauen mal auf die Uhr. Ah, 2.50 Uhr. Pass auf, da mache ich mal kurz hier einen kleinen Break nochmal rein. Und wir sehen uns dann in ein paar Minuten wieder. Bis gleich.